Ich muss jedes Gegner-Deck kopieren im neuen globalen Turnier. Doch wie frustrierend das wird und wie viele Siege ich schaffe, siehst du jetzt. Sag gerne Creator Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop. Ein immer mehr von euch machen das. Kurs geht raus und wir gehen rein. Garlack, jetzt hier der erste Kollege. Wir setzen einmal direkt das Ganze so ein. Wir machen einmal den E-Spirt rein. Wir machen einmal das Bar-Spirt rein. Das war jetzt ein Random-Deck. Ich habe ein paar Mal gerührt, weil ich vorher unzumutbare Grottendecks bekommen habe mit drei Gebäuden. Aber... Das sollte eigentlich auf die Cracker hingehen. Das hat nicht geklappt. Egal, machen das Ganze so. Zack, jetzt gibt es hier den still Nado rein. Und dann sollte der E-Spirt eigentlich auch gut carryen. Ja, geil, let's go. Hier gibt es das Ding. Hier gibt es das Ding. Und ich muss sagen, so ein Cycle-Deck gegen so ein schweres E-Giant-Deck ist auf jeden Fall immer ganz angenehm. Die Frage ist natürlich nur, wie wir das jetzt verteidigen werden, wenn der Gegner jetzt zwei E-Giants hat. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein mit genau diesem Spielzug. Und diesem Spielzug sollten wir hier gut durchkommen. Sauber. Das passt. Dann gibt es hier noch einmal den Heilgeist rein. Dann gibt es hier noch einmal die... Wobei, wir brauchen eigentlich gar keine Skatte. Wir können es einfach so lassen. Wir setzen hier einmal die Skatte jetzt so ein. Zack, das passt. Genau. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben kein Damage im Deck. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt... Na klar, er hat noch einen MK. Logisch, eine normalste. Machen einmal das Ding rein. Machen einmal das Ding rein. Und werden jetzt hier einmal genau so die Skatte spielen. Das passt. Ja, und das ist gut. Das ist gut. Die Skatte wurden zwar genervt gegen den E-Giant, aber wir haben mal zwei von diesen Kanonenkarre. Und jetzt können wir das Ganze hier relativ entspannt einfach so spielen. Schön ist Barbell rein. Und genau so muss das. Und jetzt die Frage, was macht der Gegner? Er hat jetzt wahrscheinlich wieder einen MK. Wird den aber recht spät reinbekommen. Oh, er setzt sich mal einen MK. Jetzt setzt einfach das Ganze so. Das ist gut für uns, Freunde. Let's go. Schaut es euch an. Wir sind dran. Und damit ist das erste Ding durch. Sauber. GG. Sehr, sehr gutes Game. Gutes Game. Sehr gute Runde. Genau da wollen wir hin. Jetzt werden wir jedes Deck von den Gegnern kopieren. Ja, dementsprechend jetzt hier, wenn der König jetzt wieder sein Maul hält, einmal das Deck von ihm. Zack. Es ist ein E-Giant-Deck. Also damit könnte man auf jeden Fall gewinnen. Es ist okay. Wir haben auch zwei Evolutionen dabei. Auch das ist natürlich schon mal wichtig. Wir spielen jetzt gegen Alfred? Fragezeichen, Ausrufezeichen aus den Latinos. Okay, good luck an Ihnen. Und jetzt ist die Frage, was ist sein Deck? Was wird er zocken? Was wird sein Deck beinhalten? Hier geht es einfach den Archer rein. Okay, der geht dann mit Hawk, direkt mit einem normalen Hawk-Deck. Das ist auf der einen Seite natürlich schlecht für uns, weil es ist ein normales Hawk-Deck. Er wird ein Gebäude haben. Aber auf der anderen Seite auch gut, denn wir haben gleich ein normales Deck und wir spielen können. Magic Archer macht hier einen okayen Job. Ja, spielen jetzt hier einmal den Elektro-Riesen rein. Und nun ist die Frage, was genau wird Alfred hier machen? Er muss eigentlich jetzt hier entweder Crackerin, genau, aggressiv oder Hawk bringen. Hawk kommt rein. Jetzt können die Crackerin aggressiv kommen. Er feuerballt meinen E-Giant. Aber was ist denn da los? Jetzt haben wir gleich den Archer. Jetzt wissen wir, er hat Feuerball. Jetzt können wir hier einen geilen Archer reinbringen und auch nochmal ein geiles Lock, damit hier die beiden Teslas endgültig down gehen. Jetzt ist der E-Giant durch. Kann es nicht sein, dass das Game jetzt schon gefühlt durch ist. Das ist nämlich dumm. Der Magic ist gut. Der Magic ist stabil. Ich hätte einen Hit auf die Crackerin erhofft, aber man kann nicht alles haben. Jetzt werden wir hier gleich mal den Nado reinspielen. Da wird nämlich jetzt ein Tesla kommen. Können wir auch noch ein bisschen Damage beimachen, genau. Tesla ist da. Skelette werden gleich reingesetzt werden. Oder aber wir setzen hier einmal den Skeletonischen König hinter, um genau für diesen Archer jetzt vorzusorgen. Und jetzt ganz entspannt unsere Hits am Turm abzufarmen. Der wird zwar getroffen, ist aber immer noch am Turm sauber. Oh, das ist so viel Damage. Das ist so viel leckere Damage. Hier gibt es den nächsten MK. Es kann sein, dass wir in diesem Game jetzt nicht über die volle Bandbreite durchkommen werden. Also, dass wir über die volle Bandbreite hier gehen müssen. Das geht da einmal hier rein. Und der Gegner mit dem nächsten Tesla. Ich würde sagen, einmal jetzt hier der elektronische Riese hinten. Und Alfred aus den Latinos mit dem nächsten Schweinereiter, den wir auf jeden Fall jetzt einmal hier ranladen und werden. Zack, Nado kommt rein. Und nun können wir uns überlegen, ob wir hier den Skellyking spielen. Genau das machen wir. Zack, Skellyking rein. Hier die nächste Feuercrackerin. Die sollte seine eigentlich abfahren. Sauber. Zünden das Ganze. Und jetzt werden wir natürlich einmal selbstverständlich hier loggen, damit sein komischer Tester hier schon ein bisschen weniger Leben hat. Und das ist guter Schaden, Freunde. Wir sind dran. Die Crackerin ist auch nochmal dran. Sauber. Jetzt muss er die Crackerin eigentlich mit dem Ritter blockieren. Und genau auf diese Möglichkeit haben wir gewartet. Jetzt gibt es hier eine Nado rein. Das ist okay. Ja, der Turm ist noch nicht ganz down. Aber eben fast. Und das ist sehr, sehr gut. Jetzt gibt es nochmal das Lock rein. Und mit zwei Locks und einem Tornado sollte es eigentlich reichen. Außer der Gegner gibt uns nochmal so eine Gelegenheit. Schöner Nado nochmal rein. Das Game ist durch. Sauber. So, damit 2 zu 0. Sehr gut. Und wir dürfen, das ist ein guter Bonus, wir dürfen ein normales Deck spielen. Okay? Wir dürfen jetzt seins spielen. Er hat ein ganz normales Deck. Ich frage mich, warum die ganze Idee irgendwelche Sachen aufpoppen. Junge, was will der mir erzählen? Ich habe mich auf jedem dieser Accounts schon mal eingeloggt nach diesen ganzen Updates. Was labert der mich voll? Aber wir haben Hawk. Hawk ist gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Deck. Womit ich nicht so ganz zufrieden bin, ist mir der Tatsache, dass wir keinen Feuerball haben. Das ist das Ding. Der Feuerball ist jetzt hier nicht unbedingt so gut. Also wir haben keinen Erdbeben, sondern wir haben Feuerball. Oh, bitte jetzt. Bitte kein X-Bogen. Bitte nicht den X-Bogen. Wenn ich Feuerball habe, könnte Shepard, Freunde, könnte Shepard. Er könnte hier den X-Bogen spielen. Aber wir werden es rauszunnen. Wir werden es früh genug erfahren. Loggen hier einmal rein. Okay, er hat Pfeile. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Ballon-Deck sein, so wie es aussieht. Wieder Bogies. Okay. Heute Date oder warum schon? Oh nein. Tatsächlich heute, eventuell gucke ich mir später Deutschland an. Weiß es aber noch nicht so genau. Einmal hier rein. Nächster Ritter. Und nun hier mit den Skeletten einmal rein. Der Gegner ist smart. Er hat die Pfeile, aber... Oh Gott, er ist auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er spielt halt wirklich den Pissigen. Er spielt wirklich den Pissigen. Aber das Geile ist, die Crackerin hat Full Life. Und jetzt gibt es hier den Ritter. Und jetzt hat der Gegner die Pfeile, aber die Pfeile reichen nicht. Und jetzt haben wir hier die nächste Crackerin. Okay, der Gegner ist fairerweise auch ganz smart. Spielt das hier einigermaßen gut, aber der Spin ist überlegen. Und genau da wollen wir hin. Und schaut euch diese Crackerin an, Bro. Wie kann... Wie kann die noch leben? Ich wäre so sauer an der Stelle. Das geht nicht. Wie kann diese Crackerin? All das bitte überlebt haben. Aber es geschieht ihm recht. Es geschieht ihm recht. Und ich möchte jetzt, dass der Chat einmal brennt, okay? Ich will den Chat jetzt brennen sehen, ja? Alle bitte den brennenden Bogen in den Chat, weil dieser Gegner hat es nicht anders verdient. Er spielt den X-Bogen und er bekommt vom Spin aufs Maul. Und genau so muss das auch sein, ja? Alles ist gut. Alles ist gut, solange der Gegner hier von diesem Deck aufs Maul bekommt. Setzt die nächste Crackerin ein, zack. Nächster Schweinereiter kommt auch wieder rein. Abfahrt. Der Gegner haut wieder seine Pfeile drauf, okay? Okay, Schweinereiter ist da. Wird vom Tesla geblockt. Aber auch das passt. Eisgeist jetzt. Und nun bin ich extrem gespannt. Gespannt wie ein X-Bogen, könnte man sagen. Was der Gegner jetzt hier machen wird. Er muss sich ja irgendeine Lösung überlegen. Ja, das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Du schaffst keine Lösung. Du schaffst ein weiteres Problem mit deinen Spielzügen, okay? Das Ding ist durch. Und da wird der Gegner natürlich BMt, ganz klar. Ich BM hier keinen, aber ich BM natürlich X-Bogen-Spieler, weil die haben es nicht anders verdient. Ist ja klar. Sehr schönes Game. 3-0. Aber jetzt muss ich das spielen. Und das ist das Bruch. Jetzt muss ich den X-Bogen spielen. Ich hab's gar nicht gemerkt. Jetzt muss ich den X-Bogen spielen. Und dieser König bubbelt mich weiterhin voll. Junge, nervt mich doch nicht. 3-0. 3-0. Und jetzt muss ich den Pissbogen spielen. Und ich bin ehrlich, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Der Gegner mit dem Bomber. Das heißt, vermutlich hat er ein Dill-Deck. Gefühlt, jeder Zweite spielt hier irgendwie Cobalt-Bocher. Oh. Bitte jetzt kein Golem. Bitte jetzt kein Golem, Bro. Oh, Gott. Okay. Der Gegner hat Golem. Und das könnte jetzt hier richtig hart scheppern. Ich hab meinen Tester gefällt. Ich hab meinen Tesla einfach gefällt. Das ist nicht so gut. Wir warten ganz kurz, bis wir Feuerball-Spelling bekommen. Wir würden gleich irgendwo Dragons hier rein spielen. Vielleicht jetzt hier. Okay, Skelly King. Es ist der Skelly King. Wir werfen direkt einmal die Arrows. Und werden natürlich jetzt hier die nächsten Tesla rein spielen. Natürlich wenigstens irgendwie hier einmal. Das ist ein großes Problem, meine Freunde. Das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Wir haben nichts gegen diesen ganzen Salat. Das war's. Das war's. Einmal Tesla gemischt. Games durch. Super. Super. Ne, die X-Bogen ist auf jeden Fall geil. Super Sache. Damit 3-1. Der König labert mich weiter zu. Und jetzt dürfen wir sein Deck spielen. Und da sehe ich mich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Es hat ein Golem-Push gereicht, um mich einfach auseinanderzunehmen. Und jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir das Ding hier holen. Machen wir Golem-Thirst-Panel? Machen wir nicht. Wir machen Skelly King. Und wir machen den Bomber. Wir machen hier den Lightning. Der geht noch mit dem Randeback. Gut. Und jetzt ist die Frage, was hat er dabei? Crackerin. Er hat einfach die ganzen nervigen Einheiten dabei. Ne, nun das Ding einmal ran. Das ist gut, ja. Zünden einmal nicht, sondern spielen jetzt den Golem. Der Gehtner könnte eigentlich maximal den Schweinereiter haben. Rot-4 ist ein Insider aus Broadstars. Wir werden jetzt hier gleich einmal... Er macht nichts. Er macht nichts. Also, wenn er nichts macht, ist gut für uns. Dann setzen wir jetzt einfach die Nachttexte ein. Das ist chillig. Der geht noch mit dem Dark Prince. Auch das passt. Dann können wir hier gleich einmal die Fledermäuse reinspielen. Zack, let's go. Hier gibt es gleich die nächsten Lightning. Auch das passt. Lightning. Oh, guckt ihn euch an. Der Gegner hat keine geistige erneuerbare Energie. Es scheppert bei ihm. Das ist durch. Das ist durch. Das ist der Win. Es ist der Win. Also, ohne Witz, gefühlt jeder... Also, fast jeder, jeder zweite mindestens, spielt in dieser Challenge die Crackerin. Aber ich habe damit kein Problem. Ich kopiere einfach die Decks und spiele sie auch. Das Problem ist, ich hatte ein gutes Deck. Ich habe auch gewonnen. Jetzt darf ich aber wieder ein Random Deck spielen. So, 50% gutes Deck. 50% gottloses Random Deck. Und das Deck jetzt hier, meine Freunde, das könnte jetzt hier nachhaltigen Bruch verursachen. Keine Wing Condition. Magier, Crackerin, Dart Goblin. Und wir kommen gefühlt nicht durch. Ich habe ehrlich, vor diesem Deck, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dem, was wir jetzt spielen müssen. Weil das könnte richtig hart krachen. Einmal Ritter rein. Okay, der Gegner mit den Zeppis bringt einmal den kleinen Prinzen da rein. Könnten jetzt im Prinzip direkt mal Damage am Turm machen. Versuchen wir auch mit genau dieser Crackerin. Der Gegner macht hier einen... Okay, wir machen mal Pekka hinten. Pekka hinten sollte eigentlich ganz geil sein. Let's go. Das sollte passen. Boah, er hat auch, er hat auch. Und ich freue mich im ersten Moment darüber, dass er auch ein Random Deck hat. Weil es das natürlich einfacher für uns machen wird. Aber im zweiten Moment fällt mir wieder ein, dass ich seinen Müll gleich spielen muss. Und da habe ich halt jetzt ein Back-to-Back Random Deck. Und muss irgendwie zusehen, dass ich zusehe. Aber immerhin macht der Magier schon mal einen sehr, sehr guten Job. Jetzt ist die Frage, was macht unser Gegner gegen einen weiteren Pekka auf der anderen Lane? Der Gegner spielt einen guten Magier rein. Ja, guter Magier Ritter, das hat er stark gemacht. Seppis kommen auch wieder rein. Aber der Pekka hat eine erhöhte Reichweite. Und diese erhöhte Reichweite, die könnte jetzt hier zum Segen werden, Freunde. Let's go. Nächster Pindimaker rein. Und das ist es, einer. Ah, keine zwei leider, keine zwei. Das ist es noch nicht. Aber das ist eine Zündung und das ist... Digga! Okay, aber jetzt die Crackerin. Jetzt die Crackerin. Sollte eigentlich sein Schicksal besiegeln. Ja, Crackerin ist da. Crackerin macht einen guten Job. Ist zumindest ein Hit. Und jetzt spielen wir hier nochmal einen Magier rein. Der sollte auch passen. Und vibehaft muss ich jetzt noch irgendetwas hier überlegen. Er spielt einen Lightning drauf. Wir machen mal diesen Ritter. Let's go. Das sollte eigentlich auch einigermaßen passen. Und nun sieht die Situation fantastisch aus. Wir werden den kleinen Prinz spielen. Gegner hat halt auch keine Minkondition. Und deswegen, ich darf mich, wie gesagt, bis hierhin nur freuen, bis zum nächsten Match. Weil im nächsten... Okay, never mind, never mind. Ich habe mich freuen, er hat einen AG. Er hat einen Royal Giant. Das ist gut. Er hat einen AG, das passt. Damit haben wir immerhin etwas, womit wir gewinnen können für das nächste Game. Was schon mal sehr, sehr... Ja, fast schon überlebenswichtig für uns in dieser Challenge ist. Dark Prince rein. Hier der nächste Ritter. Evolutionsritter nämlich. Könnte jetzt krachen bei ihm. Wir werden jetzt warten. Okay, der Gegner macht hier seine nächsten Kollegen. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier einmal zünden. Die Zunge sollte einigermaßen geil sein. Hier die nächste Crackerin auch rein. Auch das sollte passen. Er setzt den nächsten AG an der Brücke. Okay, wild. Aber wir kommen ran, Freunde. Wir kommen ran. Wir machen Fortschritte. Er haut den nächsten Lightning drauf. Gefühlt macht der Gegner bisher nur durch Lightning Schaden und durch nichts anderes. Pfeile sind da. Let's go. Dark Prince hinten. Nächster Little Prince. Und wir kommen halt nicht durch. Wir kommen zu 0,0% durch. Aber, weil wir halt einmal durchgekommen sind, haben wir jetzt eine bockstarke Defense, weil wir halt einfach acht normale Karten haben. Und der Gegner wird niemals mit seinem AG gegen Pekka Mini-Pekka mehr als auch nur, wenn überhaupt einen einzigen Hit machen. Zünden. Zünden ist gut. Ja, stabile Zündung. Sauber. Let's go. Hier nochmal den Dark Prince rein. Und jetzt müssen wir hier natürlich etwas auf uns achten. Denn es könnte jetzt nochmal zu einem Bruch kommen. Einmal den Ritter hier rein. Dann direkt die nächsten Pekka-Brücke. Ach, Digga. Der Magier von ihm ist das ein schwarzes Loch oder was? Nächste Feuerweckerin. Okay, der Gegner versucht jetzt hier wieder mit AG durchzukommen. Es wird halt nicht klappen. Also das Game wird, werde ich natürlich jetzt wahrscheinlich, also durch die Crackerin, wenn überhaupt, irgendwie nochmal finishen können. Aber er halt auch nicht. Er wird keinen Schaden mehr machen. Und genau da sind wir am Start. Brawl Stars wird später kommen. Genau, einmal den Pekka rein. Let's go. Dann hier die nächste Crackerin auch direkt einmal rein. Sauber. Den nächsten Pinnie-Mekka einmal dahinter. Nächster Dark Prince. Und ist die dran? Ist die dran? Sie ist doch dran. Wichtige Angelegenheit. Sauber. Let's go. Weiter geht es. Jetzt später gehe ich auf gar keinen Fall. Es sieht gut aus. Sauber. Sauberer Sieg. 5 zu 1. 5 zu 1 ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Aber das Deck von ihm sollte eigentlich einigermaßen solid sein. Es hat natürlich seine Schwächen. Es ist jetzt kein Meta-AG-Deck. Aber Atroys muss jetzt hoffentlich dran glauben. Ich würde sagen, wir spielen einmal den Royal Giant hinten. Gegner mit den Skeletten. Und auch mit dem AG. Okay. Interessant. Auch mit dem AG hier spielen die Bogies rein. Die Bogies sollten das Skelly-Bowl abfahren. Das hat irgendwie nicht geklappt. Da müssen wir jetzt hier gute Arrows bringen. Ja. Dann bringen wir hier auf jeden Fall noch mal die Seppies rein. Und auch die Ritter. Digga. Er hat auch AG. Macht AG Skelly-Bowl. Nimmt unseren Turm auseinander. Und jetzt Skami. Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut gar nicht, Freunde. Das gefällt mir absolut gar nicht. Wir machen jetzt zwar einen Royal Giant Hit. Aber irgendwie. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich kann nicht treffen. Hä? Ich muss jetzt hier meine Arrows drauf spielen. Damit der Skelly-Bowl jetzt schon drauf fliegt. Der Gegner macht. Okay. Er macht nur einen. Wichtig. Nur einer ist wichtig. Nur einer ist wichtig. Er hat nur Arrows. Er hat nur Arrows. Deswegen können wir dieses Game auf jeden Fall noch gewinnen. Ritter hinten. Fledermäuse auch wieder im Split hier. Er spielt jetzt seine Skami. Was ich sehr, sehr interessant finde. Nächster AG kommt rein. Da haben wir direkt das mal als Antwort. Ist gut. Er wird zwar die Pfeile draufhauen, aber... Das sollte trotzdem eigentlich kein Hit werden. Es ist nicht geworden! Oh mein Gott, Hals im Maul. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, Freunde. Jetzt ist der Code am Dampfen. Er hat MK noch. Ich kann das alles nicht. I can't. I can't. I can't. I can't. Ich hab nicht wirklich was. Ich hab verloren. Ich hab durch den ersten Royal Giant Push verloren. Der Gegner spielt seinen Arrows rein. Hat er natürlich auch gut gemacht. Na, gar keine Frage. Aber ich hab verloren. Das war's. Das Ding ist over. Das Ding ist over. Der Gegner... Ja. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich konnte seinen einen Royal Giant nicht verteidigen, weil ich meinen Royal Giant hinten gespielt hab. Er macht einfach Brücke. Ich hab nur Arrows. Und er beämt mich auch noch. Er beämt mich auch noch einfach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen ein solches AG Deck spiele. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen ein solches AG Deck spiele. Und der Gegner genau das macht, nur um dann wieder die Skami gegen uns zu haben. Weil wir nur einmal Pfeile gegen 7 Millionen Spam-Truppen haben. Die ist wirklich gegen 0. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Und seine Deck ist auf jeden Fall deutlich besser als meins. Wir fügen es ein. Es ist 5-2. Es ist 5-2. Und das ist nicht das, wo ich eigentlich landen wollte. Aber gut, Lara. Gut, Lack an Lara. Lagi hinten wieder. Lara mit den Bogis hinten. Okay, Bogis hinten sind interessant. Das ist eine Kanonenkarre. Wir machen das Ganze mal so. Zack. Ich würde sagen, hier gibt es einmal die Sperrkobolde rein. Into den MK. Sollte eigentlich passen. Geht nur mit den Pfeilen. Auch das ist okay. Jetzt gibt es hier Scali-Böll. Da keine Pfeile mehr. Also können wir direkt mal so versuchen reinzugehen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Scali. Das sollte also eigentlich einigermaßen alles passen. Das ist kein Hit. Das ist gut. Der MK springt nochmal. Der geht und setzt einen guten EOS ein. Okay. Jetzt haben wir natürlich unseren nächsten Argy. Und ich würde sagen, den bringen wir auch direkt mal rein. Let's go. Argy-Brücke. Und dann können wir dahinter einmal die Crackerin. Ne, Moment. Wir machen keine Crackerin. Inferno-Turm. Bro. Was ist das denn für ein Deck, Junge? Okay. Es ist krank. Es ist am Krachen. Es ist geisterkrank am Krachen. Ich habe das Gefühl, dass, meine Freunde, könnte eine sehr, sehr schwierige Aufgabe werden. Eine richtig schwierige. Eine ultra alles schwierige. Crackerin sollte okay sein. Jetzt werden wir hier einmal den Kollegen reinspielen. In der Hoffnung, dass der Getner jetzt hier nicht den Inferno-Turm wieder ready hat. Beziehungsweise keine Dicks hier. Er muss irgendetwas dagegen machen. Es ist gut. Es ist gut. Es ist wichtig und richtig. Es ist wichtiger und richtiger Schaden von den Fledermäusen. Und auch von Royal Giant, Freunde. Wichtige dicke Hits. Let's go. Scaliball-Brücke. Was macht der Gegner? Okay, der geht in den Inferno-Turm. Aber okay, wir können einfach die Crackerin hier reinbringen. Die sollte eigentlich den Turm hier ordentlich einmal in Mitleidenschaft ziehen. Bring die nächste Scaliball-Brücke. Und jetzt gibt es einmal die Bats hinten. Wir dürfen jetzt nichts großartig riskieren. Wobei ich eigentlich schon mal kaputt, was zu riskieren. Machen das Ganze so. Zack, jetzt gibt es hier die Pfeile drauf. Sollte eigentlich auch passen in Bezug auf seinen ganzen anderen Lachs. Jetzt haben wir hier das nächste Scaliball. Gegner, keine Arrows mehr und kein Gebäude gerade am Start außer Inferno-Turm. Wodurch er das Scaliball nicht abwehren kann. Er muss ein E-Bus spielen. Sehr gut. Nächste Feuerwerkerin rein. Abfahrt. Nächste Fledermäuse. Royal Giant hinten. Gegner mit... Warte mal. Dass sowas dann einfach random kommt, ne? Deswegen ist auch eigentlich keine gute Idee, in so einem Modus hier AG zu spielen oder sowas. Weil das ist eine 6-Elixier-Einheit und du kannst das Gefühl dafür einfach so krass von deinem Gegner... Hat der gerade die Skami prediktet? Er hat die Sperrkommode gesehen, aber die Skami prediktet. Okay. Na gut. Dann soll er es machen, ne? Alles gut. Machen AG Brücke. Der Gegner macht jetzt... Achso. Dass das real ist, kannst du mir auch nicht erzählen. Dass das jetzt real ist, kannst du mir auch wirklich nicht erzählen. Ich hasse es nicht. Skami rein. Nächste AG. Hier die Viecher rein. Wir haben es. Nice. Nice, nice, nice. Sauber. Let's go. Sehr, sehr gutes Game. Weiter geht's. Abfahrt. Wichtig und richtig. Wir gehen weiter rein mit diesem Deck. 6-2. Let's go. Abfahrt. Ich will gerne... Ja, Mann. Einfügen. Und jetzt haben wir Morta. Wir haben... Also ich sag mal so, wir haben Morta mit Abstrichen. Wir haben Morta mit ein paar Komplexen. Wir können es aber schaffen. Ich glaube an das Herz der Karten. Wir kriegen das hin. Goldag an ihn. Bogenschutz in den Reihen. MP Marmok. Und der Gegner Valkyre. Okay. Valkyre ist da. Wir spielen einmal den Penny-Macker hier rein. Und der Gegner direkt mit der nächsten Trackerin. Okay. Einmal die Pfeile drauf. Und nun hier die Kanonenkarre. Auch das sollte eigentlich passen. Der Gegner mit dem nächsten Bombtower. Und wir können gleich hier einmal den Morta spielen. Der sollte eigentlich gut sein. Ja, der Morta ist okay. Der Gegner hat jetzt Hexe. Der Gegner hat Hexe, Bombtower. Und die ersten beiden Karten, die habe ich schon wieder vergessen. Der Strahl-Alzheimer geht anders rein. Okay, hier werden wir einmal den Eos hinten spielen. Dann gibt es hier natürlich einmal die Pfeile auf diesen ganzen Müll hier. Das ist auch okay. Ja, passt. Jetzt wird er natürlich nochmal spawnen. Aber wir kriegen hier eine gute Kanonenkarre rein. Er hat ja den Feuerball, meine ich, gezeigt, oder? Hat er den Feuerball gezeigt? Und er hat vor allen Dingen den Kanonier. Er hat den Kanonier. Wir machen einmal hier den Morta rein jetzt. Weil Kyra am Start spielen hier einmal die Bogies rein. Damit der Morta vielleicht jetzt hier mit etwas... Oh, das war so geil. Let's go. Also Mini-Packy rein. Und Gards. Let's go. Der Gegner muss nämlich beide Seiten irgendwie deffen. Das Ding überlebt nicht. Aber der Gegner mit den Babs. Und wir werden jetzt hier mit der Kanonenkarre einen guten Job machen können. Der Gegner muss die Karre deffen. Und jetzt können wir hier unsere nächsten Minenwerfer spielen. Gegen den der Gegner jetzt nicht viel machen kann. Außer vielleicht einer verspähten Hexe. Das Ding ist dran. Sauber. Die Royal Hawks kommen rein. Der Morta ist am Turm, Freunde. Und genau das wollen wir haben. Jetzt hier die Hexe abwehren. Oder das Ding. Auch gut. Weil Kyra wird einigermaßen abgewehrt. Ja, passt. Und der Morta ist sowas von am Turm, Junge. Let's go. Da gibt es nochmal die Arrows drauf. Die sollten eigentlich auch passen. Leider war das jetzt nochmal ein unnötiger Hit. Aber wir sind in Führung. Wir sind in einer sehr, sehr stabilen Führung. Kanone rein. Kanonenkarre rein. Zack. Abfahrt. Kanonenkarre sollte einen guten Job machen. Boogie. Da hättet auch eine Bogenschützin. Sehr gut. Und jetzt können wir eigentlich einfach nur noch eintilten. Wir wissen, der Gegner hat Royal Hawks. Das heißt, der Gegner kann hier im Endeffekt nicht wirklich so krass durchkommen, wie er sich das vielleicht vorstellt. Das Ding sollte er besser auch nochmal defen. Macht der auch. Ja, aber wir haben unsere, unseren Pinnie-Macker am Start. Und der Gegner hat Kanonier, weshalb wir die Guards halt ins Unendliche abusen können. Dann haben wir das Ganze so. Zack. Nächste Aktion in der Offensive am Start. Auch hier der nächste Morta. Weil wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir trotz allen Schadens und allen Vorteils, den wir natürlich haben, jetzt hier nicht irgendwie in ihn komplett reinrennen. Der Gegner mit dem nächsten Bomb Tower. Okay. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt hier einmal unsere Guards rein. Und natürlich hier unsere kanonische Karre einmal. Und hier den nächsten Minenwerfer an der Brücke vorne. Und der Gegner muss jetzt hier eigentlich irgendwas machen. Aber das Ding ist durch. Die Arrows sind da. Und damit 7 zu 2. Let's go. 7 zu 2. Ist okay. Nur mit Exkupieren. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Einsammeln. Jetzt hier natürlich unser nächstes. Oh Gott. Aber das. Ich habe gar nicht drauf geachtet, Leute. Ich habe nicht drauf geachtet, was der Gegner hier für eine unendliche Psychose spielt. Was ist das denn bitte? Hat er alle Evolution dabei? Ich hoffe. Ja, okay. Etwa Küre. Stimmt. Etwa Küre Babs. Wir müssen jetzt eigentlich warten. Der Gegner kannoniert. Wir haben den jetzt hier nicht ausgewählt, weil ich vergessen habe, ihn zu kopieren. Weil das bei Supercell unfassbar weg. Der Schrad unfassbar dämlich gemacht ist, dass man einfach die Teile nicht gescheit kopieren kann. Feuerball drauf. Okay, der geht, der spielt noch Damage. Der geht, der spielt noch Damage. Oh, oh. Ich ahne Böses, Freunde. Mir schwand ganz, ganz Böses. Machen das Ding einmal so. Werden jetzt hier die Crackerinnen reinbringen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Nado. Genau in der Sekunde kommt der Nado. Egal. Magier ist okay. Magier ist da. Magier macht noch einen einigermaßen guten Job, würde ich sagen. Hier gibt es nochmal die Babs jetzt rein, damit der kleine Prinz nicht unbedingt am Turm connectet. Aber liebe Freunde, ich ahne, dass das hier eine richtig schwierige Angelegenheit wird. Guckt euch das allein an, Digger. Was will ich mit einem Deck? Okay, egal. Wir geben unser Bestes. Alles gut. Der ist am Turm. Klassiker. Ja. Mein Bombtauer steht zwar an der Brücke, aber trotzdem ist der Evo-Bomber jetzt am Turm. Super. Einmal die Crackerinnen hier rein, damit der immerhin jetzt den Kingtauer aktiviert. Magier wieder rein. Und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie mal um die Offensive kümmern. Der geht wieder rein, Digger. Wie? Was macht er da? Was macht er da? Der Baby, der wird nicht gefokust. Tabaluga going wild. Und das ist gar nicht geil. Okay, der geht nach Tesla. Er wird jetzt auch zünden, wahrscheinlich. Also er sollte besser zünden. Der zündet auch. Wir bringen jetzt hier einmal Royal Hawks. Und wir haben halt einfach den Feuer. Aber wir haben nicht mal Erdbeben. Der geht nach dem Bomber. Wir haben einfach Feuerball. Ist das krass. Spawn. Oh, die spawnen zwar, aber leider zu spät. Jetzt machen wir Babsbrücke. Auf der anderen Seite die Crackerin. Der geht nach Brauchte jetzt hier seine Lille Plünze. Ja, macht er auch okay. Hier einmal die Hexe rein. Leiküre. Geht nach Poison. Aber misst sein Poison. Das ist okay. Ja, ne, du hier. Völlig unnötig. Ist gut. Jetzt gehen wir hier mit den Royal Hawks rein. Werden hier den Magier an der Brücke platzieren. Damit genau das passiert. Sehr schön. Let's go. Sauber. Das war gut. Jetzt muss er dagegen eigentlich... Oh, das ist auch gut. 10% Social Moos ist nicht gut. Er hatte den Eho-Bomber, Digga. Ich habe den Bomber vergessen. Ich habe einfach den Evolutions-Bomber vergessen. Es scheppert. Es scheppert so geisterkrank. Wie will ich durchkommen? Wie will ich jetzt durchkommen? Ich habe keine Ahnung. Erdnuss-Cash gegen meinen Dings, gegen meinen Royal Hawks. Trackerin rein. Hier ein Magier. Jetzt davor die Viecher. Damit der Gegner keinen Edo spielt. Das ist okay. Aber die Frage, dass durchkommt, stellt es mir leider immer noch. Weil Türe rein. Geht nur mit Evo-Ritter-Brücke. Okay. Machen das so. Aber jetzt kracht es. Jetzt habe ich nichts. King-To-House zwar an, aber trotzdem hat er irgendwie komplexe eingetragen. Ich habe verloren. Ja, oder? Wobei, er hat den Poison, er fällt den Poison. Er fällt den Poison, aber jetzt einfach den Lill Plints. Er ist einfach den Lill Plints. Müssen den Predigten jetzt mit Feuerballen. Kommt nicht. Kommt einfach nicht. Es kommt einfach nicht seine Lill Plints vorne. Und das ist es. Das war's. Oder? Warte, wenn der Bomber drauf geht eventuell. Der geht nicht drauf. Oder? Jetzt? Crackerin. Oh mein Gott, ist draufgegangen. Halt's mal. Er ist draufgegangen. Jetzt irgendwas an der Brücke. Irgendwas schnell drücklich passieren. Schnell. Er zündet zwar, ja. Aber, den können wir Feuerballen. Oh, das reicht nicht. Das reicht nicht. Er hat zu viel. Er hat zu viel. Der Evo Bomber ballert mich aus dem Leben. Ich kann nichts tun. Der Evo Bomber ballert mich aus dem Leben. Ich spiele mit einem gottlosen Random Deck in dieser Kronen-Couch. Ich habe alles gegeben. Er hat Bomber. Er hat Lill Prince gegen meine Babs. Er hat einen Tesla dabei statt Grabstein. Und ich habe nichts. Gar nichts. Das ist bitter. Das ist eine ganz übe Nummer. Aber, alles gut. Wir kopieren uns sein Deck. Gar kein Problem. Zack. Einfügen. 7-3. 7-3. Jetzt darf ich immerhin was Gescheites spielen, womit ich wahrscheinlich gewinnen werde. Aber das Ding ist halt, jedes Mal, wenn ich mit einem Random Deck gegen einen auch nur ansatzweise Metadeck spiele, dann kracht es hier komplett. Und der hat über der Zufall ich einfach noch Spashjack gehabt, was mich in jeder Faser kontert. Okay, der Gehtner mit der Rakete. Wir machen hier den Baby-Ding rein. Zack. Und jetzt ist die Frage, was genau wird er hier machen? Wir gehen einmal so rein. Let's go. Einmal hier schön mit dem Grey Pferd an den Start. Gehtner mit der Goblin Gang. Das poisonen wir einmal. Ja, das ist halt so geil. Jetzt gibt es hier richtig geilen Evolutionsbomber rein. Und die werden einfach beide drauf gehen. Der Gehtner hat noch einen Prinz. Den werden wir einfach mal, ich würde sagen, ja, oh, guckt euch das doch an. Und das ist halt einfach nur geil. Das ist halt wirklich einfach nur geil. Der Gegner ist bedient. Der Gegner ist unfassbar bedient. Er sieht sich da auch gar nicht mehr in diesem Game. Jetzt kommt hier noch seine Prinzessin rein. Ich würde sagen, wir gehen einmal mit dem Grey Pferd rein. Abfahrt. Let's go. Er muss hier irgendetwas rein spielen. Mal gucken, was er macht. Okay, jetzt ist der Prinz wieder ein. Dann machen wir hier einmal den kleinen Prinz und auch die Zündung wieder rein. Das sollte auch passen. Let's go. Hier nochmal den Bomber. Hier gibt es den nächsten Tornado rein. Auch das ist wieder gut. Sauber. Und damit sollten wir das Game eigentlich gewinnen. Der Gegner, zum Glück, hat ein gutes Lockbait-Deck. Also da könnten wir auf jeden Fall, je nachdem, was wir facen, auch mit gewinnen. Gehen einmal hier so rein. Let's go. Abfahrt. Jetzt gibt es hier den nächsten Poison. Das sollte auch passen. Auch das ist einigermaßen stabil. Ja, es ist zwar sehr viel Elixir, was wir investieren, aber es ist auch sehr viel Schaden. Nächster Babydecken drauf. Und jetzt brauchen wir im Prinzip, in Anführungszeichen, nur noch den nächsten Poison. Und dann haben wir es. Let's go. Sehr, 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 sehr gut. Sauber. Hier den kleinen Prinz rein. Zack. Hier den Poison drauf. Und damit ist das Ding durch. Sauber. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schönes Game. Abfahrt. Geil. 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 Hoche ist bedient. Und genau da wollen wir ihn haben. Fantastisch. Es ist der Sieg. Und wir gehen mit seinem Deck jetzt rein. 8-3. Nicht unbedingt geil, aber alles gut. Ja, dieser König, ey. Statt, dass wenn ich es wegklicke, auch einfach dann weggeht. Es geht überhaupt nicht weg. Einfügen. Lockbait. Okay. Das Problem ist bei ihm, er lebt auch schon wieder vor einem halben Jahr. Er hat keine Evolution in seinem Deck. Und das ist ein Problem. Wir spielen gegen Jona, der Erste aus dem Clan Philipp. Okay. Da hat Goblin rein. Und er hat eine Hexe. Oh nein. Das ist schon wieder ein ganz, ganz billiges Realm Deck. Aber er hat Pfeile. Er hat die Pfeile. Wir hauen hier einmal die Rocket drauf. Ich habe nämlich gar keinen Bock darauf, dass seine Hexe mich gleich auseinander ballert. Jetzt hoffe ich, dass er nicht irgendwie noch Lock hat. Das wird nämlich anders scheppern. Wenn er jetzt Lock und Pfeile spielt, ne? Rage, okay. Rage ist okay. Rage ist okay. Wir werden jetzt hier einmal das Ding reinspielen. Genau. Sollte eigentlich einigermaßen fein sein. Ja. Loggen hier nochmal. Damit der Dark Prince jetzt nicht nochmal irgendwie einen dicken Hit reindrückt. Das passt. Goblin Barrel kommt rein. Und der Gegner jetzt hier mit Bats. Okay. Bats sind da. Dann gibt es hier einmal die Prinzessin. Auf der anderen Seite können wir uns überlegen, was wir machen. Ich würde sagen, Rescutes sollten okay sein. Und gleich können wir theoretisch auch den Prinz reinspielen. Ich würde sagen, wir machen das mal hier, damit der Gegner hier nicht irgendwie mit einer dummen Idee namens Arrows um die Ecke kommt und denkt, er könne damit irgendwas reißen. Das ist ein wichtiger und richtiger Hit. Fast alle Bats gehen drauf. Sehr schön. Und damit haben wir den Kollegen schon mal einigermaßen gedefft. Zwei Prinzessinnen leben noch. Er hat keine Pfeile mehr. Könnte jetzt also irgendwas in der Brücke kommen, macht er nicht. Aber die Hexe macht keinen Hit mehr. Und jetzt können wir hier richtig geil rein. Der Gegner muss irgendwas machen. Spielt einen Evo-Ritter. Oh, okay. Sehr interessant. Dann werden wir jetzt hier einmal den Dart Goblin wieder spielen. Genau. Dart Goblin kommt rein. Jetzt muss er oder jetzt wird er das Ganze natürlich feilen. Ganz klar. Das heißt, wir können jetzt hier warten. Wenn er nicht fällt, ist das auch gut. Dann setzen wir einfach den Prinz hier rein und behalten unseren Dart Goblin. Auch das passt. Sehr schön. Und der Gegner muss nach wie vor noch irgendetwas machen. Er muss nach wie vor noch irgendeine lustige Lösung finden. Es gibt natürlich das nächste Goblin Barrel einmal rein. Let's go. Auf der anderen Seite gibt es einmal die Rascals. Hier haut er die Pfeile drauf. Dann loggen wir das Ganze einmal, damit das Ding hier überlebt. Oder zumindest geraged werden muss. Sehr schön. Auf der anderen Seite gibt es einmal den Prinz. Und jetzt muss der Gegner hier irgendwas gegen die Prinzessin machen. Wahrscheinlich wieder die Fledermäuse. Deswegen setzen wir direkt die nächste Prinzessin ein. Ja. Der prädiktiöse Boss. Aber, das muss man ganz klar sagen, wir sind noch nicht durch. Also der Gegner kann auf jeden Fall noch gewinnen. Spielen hier einmal die nächsten Rescals rein. Aber das ist guter Damage. Das war sowas von guter Damage, Junge. Jetzt wird es hier den Dart Goblin geben. Der Gegner würde jetzt wahrscheinlich da eine Hexe reinsetzen. Deswegen können wir jetzt hier den Prinz spielen. Okay. Der Gegner mit einem wilden Ritter. Also gibt es hier einmal die nächste Prinzessin. Hier das Ganze so. Zack. Nächstes Lock rein. Sollte auch wieder gut eigentlich insgesamt sein. Sehr schön. Let's go. Hier die nächsten Rescals. Und am besten natürlich jetzt hier irgendwie was gegen das Ding. Ja. Pfeile sind da. Sauber. Dann machen wir das Ganze einmal so. Setzen hier unsere nächsten... Ich habe den Pini mir gar nicht gesehen. Ich habe den Pini mir gar nicht gesehen. Aber alles gut. Wir sind immer noch online. Passt. Nächste Rescals. Nächstes Barrel. Der Gegner muss eigentlich, ja, offensiv Pfeile werfen. Sauber. Nächster Dark Goblin. Und es ist auf jeden Fall wieder Damage. Aber der Gegner... Digga, der Gegner hält gut mit. Der schwitzt sich hier. Gott, muss den Hintern ab. Es nervt gerade ein bisschen. Einmal hier so. Lock. Lock ist gut. Und das gibt jetzt die Rocket. Das gibt jetzt die erste Rocket. Sauber. 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 Let's go. Abfahrt. 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 Hier einmal das nächste Barrel. Geil. Hier der nächste... Die nächsten Rescals. Der nächste Prinz. Ich würde sagen, hier gibt es nochmal einen Dart Goblin. Und die Rakete. Und das war's. GG. Sauber. Sehr, 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 sehr gut. Geil. Geil, 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 geil. Das ist wichtig und richtig. Und damit haben wir den nächsten Win. Es ist das 9 zu 3. Und wir machen weiter. Sein Deck ist auch gut. Sein Deck ist solid. Ja. Der hat ein solides Deck gespielt. Damit kann man auch was anfangen. Das würde man normalerweise zwar mit Pumpen spielen, aber wir versuchen es ohne. Wir versuchen es mit genau dieser Variante hier. Wir spielen gegen thebomb.com. Gottluck an Ihnen. Abfahrt. Wir geben die Bats rein. Also was Supercell gerade gepostet hat, dazu gibt es auch noch ein Video. Aber ich sage ehrlich, ich glaube auch, es wird die Widerreiterin werden. Aber ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Weil es gibt so ein paar Indizien, wenn man drauf guckt. Also sagen wir mal, wenn man jetzt nach dem Gedanken forschen müsste, dass es, oder wenn man jetzt irgendwie Belege dafür finden müsste, dass es vielleicht nicht die Widerreiterin wird, dann würde man da das eine oder andere finden. Mache ich aber noch, oder kommt noch ein Video zu online. In diesem Fall spielen wir jetzt erstmal hier gegen den Kollegen und der geht mir direkt ein bisschen auf den Senkel tatsächlich. Aber das ist gut. Das ist so gut. Let's go. Sauber. Einer. Okay, der geht noch. Lässt ihn nochmal chargen. Es ist nochmal ein Hit am Turm. Es ist okay. Und wir haben die Hexe. Die Hexe ist geil, aber nur, wenn der Gegner keinen Bowler im Cycle hat. Wenn der Gegner keinen Bowler im Cycle hat, dann könnte es gut werden. Machen wir das einmal so. Dark Prince. Er aktiviert den King Tower. Oh Gott, was macht er denn? Er ist der Loser. Er ist der Main Character Loser. Was ist das denn? Aber er hat jetzt die Evo Archers. Deswegen müssen wir da direkt auch mal die Pfeile so drauf hauen. Wir müssen es so machen. Ja, ja, ja. Das bringt leider nur nichts. Das bringt leider nur nichts. Aber da er den King Tower aktiviert hat, kann er halt natürlich noch reingehen. Aber schwer, 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 schwer. Ritter rein, auch hier. Ritter, 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 Ritter. Ritter, schnell, sauber. Gut, wichtig. Die Bogies sollten wir am besten nicht durchlaufen lassen. Weil damit würden wir dem Gegner noch eine Möglichkeit geben, irgendwie zu comebacken. Das wollen wir vermeiden. Also gibt es einmal den hier. Und jetzt können wir hier natürlich relativ bedenkenlos gleich die Pfeile eigentlich schon drauf hauen. Der geht sowieso durch. Das ist gut. Außer er spielt noch was rein. Passt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt die Pfeile direkt draufstehen würden. Wir könnten es auch anders machen. Wir könnten jetzt auch versuchen, hier mal einen Giant zu setzen. Und dann natürlich hier ein bisschen Druck zu machen. Der geht noch vor so. Das ist natürlich klar. Er spielt jetzt aber keinen Poison rein. Oh, das ist so gut. Er hat zwar den nächsten Grabstein. Ja, wird den wahrscheinlich auch reinspielen. Aber wir haben hier den Rage Spell. Und das ist durch. Sauber. Es ist durch. Sehr gut. Nächster Win. Damit 10 zu 3. 10 zu 3. Das ist okay. Ab jetzt nur noch aufwärts. Wenn wir in Richtung 15 gehen, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben wieder gegen ein einigermaßen gutes Deck gespielt. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Das ist so eine Art No Damage Deck in grün. Und dementsprechend werden wir natürlich das jetzt auch wieder spielen. Und ich muss sagen, damit können wir gewinnen. Damit können wir auf jeden Fall gewinnen. Gehen rein. Gegen Biggie. Gegen Biggie. Du darfst dich niemals Biggie nennen. Und dann X-Bogen im Profil haben. Okay? So funktioniert das nicht. So funktioniert der Hase nicht, mein Bester. Er nennt sich Biggie und hat X-Bogen. Was ist das? Wir aktivieren das mal in den King Tower auf ganz entspannt. Und jetzt hat der Gegner ein Problem. Weil der Gegner spielt... Okay, never mind. Der spielt Giant Greyfaird. Ja. Aber... Macht hier zum Glück wenig Schaden. Das ist immerhin gut, dass er wenig Schaden gemacht hat. Er hat einen Tesla. Okay. Never mind. Der spielt gar keinen Giant Greyfaird. Der spielt irgendeinen Cycle Greyfaird. Okay. Also auch okay, was er hat. Auch okay. Jetzt hat er seinen Poison aber rausgespielt. Und seine Fledermäuse. Was macht er, wenn wir jetzt hier so reingehen mit Greyfaird? Was macht er jetzt? Er muss erstmal seinen Bowler auf jeden Fall spielen. Ja, der Bowler ist auch da. Jetzt gibt es aber von hier von uns den Poison. Und wir haben den King Tower aktiviert. Das bedeutet, der Gegner hat jetzt unfassbar starke Schmerzen gegen uns reinzugehen. Er kann nicht gegen uns reingehen, gescheit. Es geht nicht. Also er kann natürlich schon versuchen reinzugehen. Aber es wird niemals so funktionieren, wie er der Gegner das gerne hätte. Wir können jetzt hier die Ritter auf entspannt spielen. Auch das ist gut. Dann werden wir ganz kurz warten. Wir werden dann natürlich gleich hier einmal mit den Bogenschützer nochmal versuchen, irgendwas zu machen. Gehen natürlich selber einmal hier auf ganz entspannter Basis rein. Let's go. Der Gegner spielt seinen kleinen Prinzen rein. Wir kriegen hier einen guten Ritter. Und es ist guter Damage am Turm. Sauber. Sehr, sehr guter Damage am Turm. Wir werden hier auf jeden Fall den Babyjaggen reinbringen. Und dann auch direkt einmal den Bowler hier. Der geht dann mit dem nächsten Poison. Okay. Ich glaube, wir werden das gewinnen. Das sollten wir eigentlich gewinnen. Eigentlich haben wir sehr, sehr gute Karten gegen den Gegner. Gehen jetzt hier wieder einmal rein. Das sollte auch wieder geil sein. Sauber. Dann gibt es hier den Poison. Auch das passt. Sehr schön. Bogies rein. Und das ist es. Ja. Das ist es. Sehr schön. Geil. Geil, geil, geil. Das sieht gut aus. Ja. Das sollte eigentlich das Match sein, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Bowler gibt es auch nochmal. Und jetzt können wir gleich hier relativ entspannt den Babyjaggen draufhauen. Hier nochmal eine Nado auf seine ganzen Bats. Und dann haben wir den Poison. Und dann ist das Ding durch. Sauber. Damit 11-3. 11-3 mit völligen Gegner-Decks. Läuft bisher sehr, sehr gut. Wichtig und richtig. Sein Deck können wir kopieren. Sein Deck ist auch gut. Außer wir bekommen natürlich direkt die King-Tower-Activation raus. Das wäre nicht ganz so geil. Zack. Deck direkt kopieren und einfügen. Was halt ein bisschen dumm ist, ist, dass er irgendwie random keinen Ritter im Deck hat. Sondern irgendwie so eine Art Graveyard-Cycle auf Wisch spielt. Aber wir bekommen das hin. Season. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir eventuell Sklärte rein spielen oder was auch immer. Was der Gegner jetzt hier machen wird. Der Gegner hat Barbaren. Okay, der Gegner spielt Golem. Der Gegner wird auf jeden Fall Golem spielen. Das ist relativ safe. Jetzt gibt es ja einmal die Bats rein. Und dann einmal den Bowler hier. Wir könnten gleich ja auch den kleinen Prinz spielen. Je nachdem, was der Gegner sich jetzt hier überlegt. Also der Gegner wird vermutlich Golem spielen. Das heißt, gegen Golem haben wir... Oh, er macht Golem-Brücke. Was ist das denn jetzt? Der Shepard bei ihm. Einmal den Tesla rein. Sklärte drauf. Okay, der Gegner hat ohne Grund Lightning dabei. Das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht expected. Aber die Bats sind gut. Die Bats sollten das eigentlich, wenn er nicht auch noch Pfeile hätte, relativ gut wegtanken. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mein Maul. Gehen jetzt so rein. Wir legen jetzt aber auf die Sklärte. Der Gegner hat gerade Pfeile gespielt, right? Das heißt, er hat jetzt nichts gegen die Sklärte, oder? Oder bin ich dumm? Wir zünden jetzt einmal. Das sollte gut sein. Let's go. Und jetzt sind wir dran. Der Gegner ist zwar auch dran, aber wir sind dran. Das ist durch. Let's go. Zwölf Siege. Es sind die zwölf Siege. Und damit sind wir zwölf drei. Und nun haben wir hier die nächste Truhe, die wir öffnen, werden sauber. Und das nächste geile Deck. Ich meine, na, wobei. Es ist halt an sich Golem-Nacht-Hexe, ist cool. Aber ich weiß nicht so ganz, ob wir damit jetzt gewinnen können. Weil wir haben natürlich einen Bomb-Tower, ist okay. Aber wir haben halt nicht so die richtige... Ich weiß nicht. Mir fehlt irgendwie so... Boah, Digga, ich weiß nicht. Wir machen das Ganze einmal so. Zack. Fährt er in rein. Abwart. Und nun haben wir hier einmal die Nacht-Hexe gespielt in die Spiele hier rein. Auch das ist gut, ja. Gegner mit der nächsten Hexe. Vielen Dank für den schnellen Doppelzapp. Ehre. Es gibt den Holzfäller von unserer Seite aus. Und jetzt müssen wir schauen, in welche Richtung es geht. Oh, okay. Lightning-Value. Lightning-Value ist sehr, sehr wichtig. Lightning-Value ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig. Dass wir da richtig schön mit dem Lightning reinjeeten können, ist absolut geil. Und jetzt können wir eigentlich den Golem setzen, weil der Gegner... Also, ich weiß nicht, ob er jetzt noch irgendwas hat. Es kann auch sein, dass wir jetzt komplett aus dem Mund fliegen. Aber er hat gerade unfassbar viel... Okay, er hat Lambo-Loon. Er hat Lambo-Loon. Ist okay. Wir machen das so. Zack. Also, ist eigentlich überhaupt nicht okay. Wir tun mal aber so, als ob. Die muss auf jeden Fall überleben. Das ist wichtig. Jetzt gibt es hier... 5% Batterie! Meine Nacht-Hexe kam nicht rechtzeitig. Meine Nacht-Hexe kam nicht rechtzeitig. Digga, meine Nacht-Hexe kam nicht rechtzeitig. Jetzt verliere ich das Game wegen Lambo-Loon-Brücke. Und das ist das, was ich meine. Ich hab's auch noch gesagt, Alter. Wenn ich den Golem hier bringe, dann hab ich wenige Möglichkeiten gegen genau sowas. Er hatte wenige Elixier als wir, aber es war ihm völlig egal. Er nose geht mich einfach weg. Und mein Tablet verkauft mich. Ich kann das alles nicht, Digga. Jetzt sind wir 12 hier. Jetzt sind wir 12 hier. Jetzt müssen wir jedes einzelne Game hier gewinnen. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ausrechnen in dem Moment. Hi, Tobi. Vielen Dank für den achten. Da joinen wir doch mit dem Win rein. Kuss für den Support. Vielen, vielen Dank. Großbrücke. Okay, Wild. Scaliball auch direkt rein. Der geht noch, kennt gar nichts. Und los ist im 23. Nur Liebe für den Spin. Vielen, vielen Dank, mein Bester. Dankeschön für deinen Support. Jetzt können wir doch theoretisch mit dem Ballon hier vorbeisneaken, oder? Wir machen das Ganze mal so. So, zack. Jetzt gibt es hier nochmal die Bats dran, damit er geht dann nochmal ein bisschen mehr zu kämpfen hat. Der Archer kommt rein, aber wir kriegen einen guten Snowball raus. Auch das ist gut. Ja, let's go. Okay, 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 okay. Der Gehtner will es jetzt offenbar hier wissen. Spielen das also einmal so. Wir haben guten Damage gemacht. Aber somehow, someway bin ich mir hier noch nicht so richtig. Es ist AG, okay. Neural Giant, Wild. Neural Giant mit der Crackerin. Gibt einmal solche Arrows hier. Dann werden wir hier einmal die Fledermose reinbringen. Und jetzt hier direkt den nächsten Ballon einmal. Der Gehtner hat natürlich den Ghost, er hat den Tesla. Also der Gehtner hat an einigen Stellen auf jeden Fall vorgesorgt. Gegen diese potenzielle Bedrohung, die wir hier äußern. Einmal hier so. Zack. Das sollte okay sein. Ja, das Ding sollte nicht sterben. Das ist gut. Das passt. Das Ding ist, wir können jetzt jederzeit einfach relativ simpel das hier machen. Und der Gehtner hat dagegen nicht viel. Der Royal Giant wird jetzt vielleicht maximal so einen gekauften Hit hier machen. Ah, ah klar. Noch einer. Was denn das jetzt hier? Ich wurde gerade gottlos vom Game verkauft. Habt ihr es gesehen? Wie zur Hölle waren das zwei Hits? Einmal das Ding rein. Und jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein Problem. Jetzt muss er das Ding deffen. Ja, er hat ohne Grund noch ein Skabi im Deck. Okay, dann hat er vielleicht doch kein Problem. Jetzt gibt es hier aber die... Oh, die Pfeile. Die leckere, lecker die Pfeile. Es ist aber kein Hit. Es ist weiterhin nur die Bombe. Und ich habe ehrlicherweise jetzt ein bisschen Schiss davor, dass er uns mit seinem nächsten RG hier bricht. Aber er spielt random... Ist der nervig. Ist der nervig, Digga. Okay, dreifere Nix hier jetzt. Holzt er hier rein. Damit der Gegner natürlich jetzt nicht das Ganze hier down bekommt. Und dann könnten wir sogar versuchen, jetzt auf dieser Line reinzugehen. Ja, wir gehen auf der Line rein. Abfahrt. Let's go. Der Gegner muss dagegen irgendwas tun. Tesla kommt rein. Ja, fein. Ist okay. Hier unsere nächstes Ding. Hier gibt es einen Snowball drauf. Auch das passt. Und das müsste es eigentlich sein. Das müsste es eigentlich sein. Ja, das ist es. Sauber. Let's go. Let's go. Wichtig und richtig. Gutes Game. Das war stark. Und damit haben wir den nächsten Win. Und jetzt werden wir hier... Sind wir immer noch 13 zu 4, Freunde. Jetzt müssen wir seine Nix spielen. Aber ich weiß halt nicht, warum spielen die Leute auf diesen Höhen immer noch Renndecks? Leute, spielt doch einfach normale Decks. Spielt doch einfach die normalsten Decks. Ich nehme euch das auch gar nicht übel. Spielt einfach die ganz normalen Decks. Bee an. Okay. Golda Garnina auf jeden Fall. An den guten Bee an. Wir spielen einmal die Crackerin rein. Der geht nur mit dem nächsten Versuch hier irgendwas mit den... Okay, ja, die Bogenschütz sind am Start. Da würde ich sagen, wir spielen einmal jetzt den Royal Giant hinten und schauen mal, was der Gegner jetzt hier gegen macht. Er hat den kleinen Prinzen. Wir setzen einmal hier den Goyle Roast ein. Genau. Und dann können wir hier gleich einen richtig dicken Mega-Ritter reinflapschen, der auf jeden Fall schmecken würde. Das Problem ist, genau, der Gegner hat Giant Greyfaird. Und bei Giant Greyfaird... Kracht's jetzt bei uns. Er hat einfach Pfeil drauf. Ja. Er hat einfach Pfeil drauf. Und er hat... Mein Dings macht Unehre. Und das war's. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Einfach Giant Greyfaird. Ich spiele die ganze Zeit Mülldecks und verliere nur mit Mülldecks gegen normale Decks. Und das ist das Problem. Ich hab nichts gegen Giant Greyfaird in meinem Deck gehabt. Ich geh 13-4, 13-5.